Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Bevor das Video losgeht, ein paar Infos am Rande. Am Ende des Videos gibt es Infos bezüglich den noch nicht erschienen Knossel-Video und den darauffolgenden Knossel-Videos und dem Freitag, dem neuen Server von Gaming Interactive, welcher ja zur Zeit des Imperium spielt, wo wir Freitag schon drauf haben. Und was ihr dort alles gewinnen könnt, bei mir im Stream, und was ihr noch für Rollen abgreifen könnt, auch bei mir hier im Stream unter dem Video. Und vor allem auch im Stream. Denn zu dritt werden wir auf Ganschi krummlaufen und ein bisschen Haare schneiden gehen. Also viel Spaß mit dem Video und schreibt noch gerne, wie ihr die Request-Monotour findet. Lalexander zockt. Let's Plays mit Fun und Geschmack. Nein, jetzt fahre ich auch noch durchs Gegengebiet. Ah, ich bin selbstmordgefährdet, aber egal. Scheiße. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Oh Junge, warum musste ich nicht mehr online kommen? Ich glaube, Motomotor steht auf dich. Junge, der fährt, nehmen wir doch hinterher. Ah! Okay, wir hängen jetzt. Wie Drake-Drake. Lass mich in Ruhe. Wenn du mich umbringst. Ich will doch dann leben. Lass mich alle in Ruhe. Nein, hört auf mit der Scheiße, Mann. Es gibt Gesetze. Halt, hier muss man sich halten. Was ist los mit den Leuten hier? Nein! Nein! Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Oh, scheiße. Oh, fuck. Jungs. Ich kann jetzt so... Ja, ich weiß, aber... Ah! Nein! Okay, concentrate. Concentrate on the street. Don't look around your head. Okay. Left wing, left side. We don't look above our head. Ah! Okay, sind sie los. Ich mag sie fast nicht. Ich mag sie bald. Ah, nein. Das ist nicht los. Junge, Alter. Das ist ja schlimmer wie im Film. Junge, wo bin ich denn gelandet hier? In der scheiß Erfolgungsjagd. Oh, nein. Das ist noch einer. Oh, nein. Das ist scheiße. Kreisverkehr und Rückwärtsgang. Einlegen. Nein, lass mich in Ruhe. V-Mackettel, der mein Name. Drake. Hey, Drake. Dann endlich nochmal die... Oh, scheiße. Oh, nein. Da kommt der nächste. Frist mein Staub. Draco Wessman, on tour. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, im letzten Video, auf 1, 2, 3, hallo und herzlich willkommen hier zum Ende des Videos. Ja, am Anfang habt ihr schon ein bisschen mitbekommen, worum es geht. Es geht um die neuen Herd-Ding-Server und um Knossi. Ja, der neue Imperium-MP-Server von Gaming Interactive kommt am Freitag um 18 Uhr raus. Und lustigerweise streamen wir auch um 18 Uhr, also was für ein Zufall. Und dort gibt es einen Haufen cooler Features. Ich habe ein paar jetzt mal hier im Hintergrund eingeblendet, die seht ihr, denke ich, gerade auch. Sind ziemlich cool, vor allem dieses TIE Fighter Flappy Bird. Das ist ganz nice. Oder mein Model. Ich spiele ja Darth Vader, das habt ihr, denke ich, schon gesehen. Und Darth Vader kann auch begleitet werden tatsächlich von zwei Nova-Truppen, die ihr spielen könnt. Dafür müsst ihr einfach nur in die Kommentare schreiben. Ey, in Alex und der Zock, ich will dir gerne zur Seite stehen als Darth Vader. Ich möchte eine Nova-Truppe sein, sowas in der Art. Dann sehe ich das, am besten schreibt ihr euren Discord-Namen dazu. Weil dann kann ich euch auch direkt kontaktieren. Oder ihr kontaktiert mir, dass ihr mir da was geschrieben habt auf die Seite. Und das wäre ziemlich optimal. Gut, okay. Gut, dann haben wir noch die Knossi-Videos. Welche weitergehen? Am 25. April sollte ja eigentlich das nächste kommen. Das ist auch fertig, so gut wie. Da muss man noch eine Kleinigkeit gemacht haben. Deswegen kommt das dann morgen, 18 Uhr. Man muss noch ein bisschen was schauen. Und ansonsten kann ich nur eins sagen. Nee, es ist noch heftig. Also wirklich heftig, heftig. Discord-mäßig hat sich auch ein bisschen was verändert. Die Schule ist bei Zyndrom-Kerien. Das heißt, da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Und ansonsten kann ich nur noch eins sagen. Gehabt euch wohl. Macht's besser. Und vor allem, seid Freitag, 18 Uhr live dabei. Und halt auch gerne mit, wie ihr dieses Ray Crissman und Tour-Video fandet. Also, wir sehen uns am Freitag live, ab 18 Uhr. Und ansonsten in den kommenden Videos. Also, wir sehen uns am Freitag live.